Test 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 Wiesendaudi TV Test 1,2,3 Und heute sind wir hier mit Monika Yvonne Korn ist mein Leben Also ich kenn dich ja von einer Sendung auf ProSieben, das Model und der Freak Ach und du willst dich jetzt bewerben? Ja, ja absolut, ich will mich als Freak bewerben Ja, ich kann mal einiges daraus machen aus dir, seh ich schon gleich, auf den ersten Blick Was könnte man dann machen? Na, besser gehts dann Schau mal hier runter, ich hab leider ein Loch, also das haben die Freaks so wahrscheinlich immer Also, das ist schon mal, geht gar nicht eine Frau auf seinen Schritt aufmerksam zu machen, Punkt 1 Ich wollte ja nur, dass du einmal in meinem Leben mir da unten hinschaust Warum reisten wir bei dir? Das ist die Frage, also eine Frau war nicht die Ursache Mann Mann auch nicht Mich sprechen hier alle immer auf meine Homosexualität an, also irgendwas stimmt doch nicht Ok, weiter, weiter, Thema Ok, wie machst du das beim Model und der Freak, da hast du ja wirklich gecoacht, ich bin ja Flirtcoach Und ich fand das unglaublich spannend, was du aus diesen Männern herausgeholt hast Ging es da vor allem um die Motivation, Styling Mir geht es einfach, meine Motivation ist, schönere Männer auf der Straße zu haben, ja Es ist einfach ein Ego-Ding, für meine Augen soll es gut aussehende Männer geben, warum mache ich das Gibt es da manchmal wieder eine neue Staffel? Ja, vielleicht, aber nicht mit mir, ich bin da aus dem Alter aus Ja, vielleicht, aber nicht mit mir, ich bin da aus dem Alter aus Also da sind die jüngeren Mädels jetzt dran, die haben mehr Ahnung und so und so und so Und ich bin gleich heißer, ich habe schon keine Stimme mehr davon Wir machen nur noch ganz kurz, wir machen nur noch ganz kurz, erzähl uns nochmal, wir wollen ja auch inhaltliche Ebene hier machen Erzähl uns doch nochmal ganz kurz, erzähl uns doch nochmal ganz kurz, was sind so deine neuen Projekte? Meine neuen Projekte ist erstmal, ich bin Mutter geworden und meine Tochter ist jetzt fünf Monate alt Wie man an meinem Dekolleté sehen kann, still ich noch und so lange mache ich nur ein paar kleine Jobs Schauen, Studium, Moderation, auch das ist eigentlich ja Und aber alles mit einem kleinen Plan, weil die Hosa braucht sehr viel Arbeit Schau mal, mir ist das nicht aufgefallen, weil ich eben nicht aufs Dekolleté geschaut habe, so gut erzogen bin Was bist du für ein Flaircoach, man muss das ja auch machen, immer ins Auge schauen, wenn die Frau mal rüstet Gibt man dem Mann die Möglichkeit, mal zu verkaufen, ja? Da gibt es einen, ich glaube, so beenden wir das Ganze, da gibt es einen guten Spruch Es gibt Männer, die schauen auf die Brüste und sagen, du hast schöne Augen Ich schaue dir in die Augen und sage, du hast schöne Brüste Danke von WiesendorityTV